Hallo und guten Tag. Willkommen zu der Standard Corona Stage in Zeiten der Stille. Mein Name ist Paul Güder. Mein Name ist Matthias Abelsamer. Wir beide zusammen organisieren mit unseren Freunden und Kollegen in Beethoven's Jubiläumsjahr, 52 Jahre, eine Reihe von Konzerten in den Gemeindebauten der Stadt Wien. Und was Sie hier sehen ist eine Vorschau. Wir beginnen sofort mit der Musik. Sie hören einen Satz aus dem frühen Klaviertrio im 10.0. Es spielt Anna Kantinskaya auf der Geige, Matthias Gredler am Cello und Paul Wolder im Klavier. Musik 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 installing Musik 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 vor prat Musik 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 Das war das Menuetto aus dem Kavirtröhr in 10-Moll. Ich hoffe, es hat gefallen. Die Art, wie Beethoven damals uns geschrieben hat, war völlig neuartig. Also die extremen Kontraste zwischen sehr laut, sehr leise, starke Überabschluseffekte, nicht wenig Humor, das war für manche Leute geradezu revolutionär. Und auch eine Zeitenwende, so eine wie wir sie vielleicht gerade erleben mit Covid-19. Veränderungen an allen Fronten, Veränderungen im alltäglichen Leben, auch bei uns Musikern. Darum werden die Konzerte oben mehr stattfinden. Wir müssen sie schon oben mehr stattfinden. Wir gehen durch drei große Wiener Bezirke zu Beginn. Das ist Favoriten, Otter Krenk und Blöbetsdorf. Die genauen, detaillierten Angaben werden Sie dann natürlich unserer Website entnehmen können. Das ist www.arbeiterinnenkonzerte.org. Das nächste Stück, das Sie hören werden, ist aus dem Streichtriospus 9, ein kurzer Ausschnitt. Im Hintergrund werden Sie eine Originalfotografie der 1920er Jahre sehen. Und zwar ein Bild aus einer Gemeindebauwohnung heraus. Und es hat für uns eine ganz bestimmte Bedeutung. Wir stellen uns das so vor, wir haben das auch schon besprochen. Also die Bühne wird im Hof aufgebaut. Es wird vielleicht Verstärkung geben. Es wird vielleicht auch eine Ton- und Bildübertragung geben. Aber im Prinzip hören die Leute aus ihren Wohnungen, aus ihren Fenstern, aus ihren Balkonen, so wie es welche gibt, zu. Und wir schließen eine Tradition an. Denn in den 20er und 30er Jahren waren die Arbeiter-Symphoniekonzerte ein ganz wesentliches Element des Sozialen Wien, eben diese Art von Musik für alle zu machen. Musik 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 Scho Musik Amen. 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 Ein kurzes Stück hätten wir dann noch zum Beschluss des heutigen Auftritts. Wir spielen aber nur den Beginn davon und ich glaube, Sie werden das Stück erkennen. Und wenn Sie mehr davon wollen, dann müssen Sie halt wirklich auf unsere Website kommen www.arbeiterinnenkonzerte.org für alle weiteren Details und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie uns vielleicht besuchen kommen würden. Amen. 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 Amen.